Ja, Matami, der letzte Aufritt im Jahr! Ja, ja. Ja, ja, Matami. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Lauf mir doch nicht weg, ich will doch die Arme schließen. Da läuft der weg, der Bett. Da läuft der, ja, also wir wollen auf jeden Fall auch schon mal Danke sagen an euch. Das war wirklich ein tolles Jahr. Ganz so viel Spaß. Auch hinter den Kulissen, super lustig. Oh ja, oh ja. Liebe Kinder, ich kann euch sagen, hinter den Kulissen, das war so lustig. Mit den beiden immer. Und ja, dann wollen wir auch mal hier diese Gelegenheit ergreifen, wenn wir hier alle so schön auf der Bühne versammelt sind. Ja, sehr ergreifend. Ja. Was? Ja, und möchten mal ganz eben schnell den Manu bitte auf die Bühne bringen. Ach, Röde! Manu! Ein Applaus mal für Manu! Manu, der organisiert hier alles. Ohne den wären wir gar nicht hier, ohne den wären wir die Bühne nicht hier. So, kommst du mal her. Genau. Komm mal einmal in die goldene Mitte hier. Schätzelein. Olden Reign. Schätzelein. So, der ist hier ein ganz wichtiger Mann, ne? Genau. Der Manu, der organisiert hier wirklich alles, wie der Paddy schon gesagt hat, ohne ihn, würde das hier nicht stattfinden. Und deswegen ein ganz, ganz, ganz großes Dankeschön an dich, lieber Manu. Und das ist ein Applaus wert. Ja, Applaus wert. Super gemacht, Manu. Gutes Jahr. Und Samar. Ja, das ist eigentlich ein super Moment, euch anderen auch Dankeschön zu sagen. Hier, den lieben Flo, den lieben Paddy, den lieben ganz, ganz süßen auch Nina Morgadam, die jetzt heute auch nicht da ist. Der lieben Janina, unsere ganze Moderatorin und Moderatorinnen, die bei den Togo mitwirken. Ja. Und ich würde natürlich auch das ganze Togo-Team bedanken für, was die Backstage hinter der Kulissen haben gemacht. Unser Fanshop zum Beispiel, auch die Leute, die da jetzt arbeiten, ohne die ganzen Togo-Tour-Leute hat das ganze Team und hat das ganze Togo-Tour nicht so erfolgreich können sein. Und natürlich will ich auch Mene bedanken. Mene, weg mal! Dankeschön, dass ihr euch auch mal Mene beheben! Das ist jetzt Mene, Tina. Wir haben so immer schön auf die Bühne mit der Ballade geholfen, mit den Stuhlen und so und die Mikrofone hinsetzen. Dankeschön. Schönen, Mensch, keine Band, die wir hatten, haben sich so toll... Das stimmt. Wir sind noch nicht fertig! Wow! Wow! Ah, okay. Eine längere Dankesrede. Äh, ja. Nee, das hier ein bisschen durcheinander, ne? Und dann natürlich die Organisatoren, ne? Larissa, die jetzt nicht da ist, Ariane und der Benni, der ist aber da. Ja, der Benni ist da. Der Benni ist da. Auch ein großes Dankeschön an euch in irgendwo. Ne, einmal auch ein großes Applaus an die. Da ist er, da ist der Benni. Hallo Benni! Ja, genau, dahinten. Ohne die Organisatoren würde jetzt ja auch nichts laufen. Genau. Aber ohne euch auch nicht. Und als allerletztes, die auch nicht zu vergessen sind, ist natürlich unsere Tontechnik. Der John und der Ralf natürlich, die das immer super gemacht haben. Die machen hinter der Bühne natürlich die Musik und alles. Das ist natürlich ganz, ganz wichtig. Einen großen Applaus für die beiden. Schöninger! Woo! Tummel! Und dann haben wir, Yamatamis, etwas für das ganze Togo-Lead-Team. Und jetzt will ich gerne Manu erreichen, überreichen und machen wir aus. Aufma-Renn! 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 Aufmachen! Aufmachen! Zeigen! Zeigen! Ohhhh! Das sind wir! Das ist aber toll! Bei Starlight Express! Ich weiß nicht, manche haben das vielleicht gesehen. Das ist ein tolles Bild von uns. Das ist für euch. Danke für alles steht da drauf. Das könnt ihr ja nicht lesen. Wir hatten wirklich eine super, super tolle Zeit. Wir hoffen auch, dass das einen sehr schönen Platz in die Togo-Tour bekommt. In die Togo-Bühne, weißt du? So in der Truck. Danke, danke für das Tolle Jahr. Wirklich, es hat uns super, super viel Spaß gemacht. Jaaa! Und dann hatten wir halt, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, wir erinnern uns daran, in Saarbrücken, ich weiß nicht, da war was, oder? Jaaa! Meine Tatsache! Wir hatten hier Nacht gemacht! Oh nein! Nein! Sie haben das getan! Man muss das jetzt mal kurz erklären, und ich glaub, ihr wissen vielleicht gar nicht, was genau passiert ist. Ja, erzähl jetzt mal bitte. So, in Saarbrücken, Togo-Tour. So, nach der Show haben die Schöne gesagt, wir wollen jetzt ein schönes Foto mit euch machen. Team mit uns. Wir natürlich, ja klar, wir posen. Wir posen. Alle, alle so. Und dann kam was von da oben. So, der Mädel, der da jetzt schön drauf sitzt, der hat schön... Du kriegst auch noch nicht. Fünf Liter hat der auf uns Wasser von oben. Vier Leute haben mit einem Eimer Wasser, also zwei Eimer Wasser auf uns runter geschüttet. Das war hart. Aber Moment, das muss man dazu sagen, der liebe Manu, der war zwischen uns, und zufälligerweise hat die Kamera nicht mehr funktioniert. Dann ist er weggegangen und dann kam das Wasser. Dann ist er kurz weggegangen, und wo wir dann das Eimer Wasser haben. Aber ihr Mädel ist doch so trocken! Der Mädel ist doch trocken! Sehr trocken! Und deswegen mussten wir das jetzt halt dir leider zurückgeben. Das war ja hier. Und das war nochmal das Dankeschön. Noch keine Band hat sich so toll von uns am Ende des Jahres verabschiedet. So toll! So nass! Danke auch an euch, ihr wart eine tolle Band. Das hat die ganze Tour auch wirklich viel, viel schöner und viel lustiger gemacht. Also schön, dass es euch gibt. Bleibt so wie ihr seid. Und hoffentlich sehen wir euch bald mal wieder. Danke Yamatami! Einen großen Applaus! Dankeschön! Und bis bald! Tschüss! Ein Grün! Wer hat ein Grün dabei? Wollen wir jetzt ein Foto? Ein Foto muss der Manuel noch machen. Mit euch! Und zwar habt ihr jetzt eine Aufgabe. Wer von euch hat so eine tolle Toggo-Mütze? Könnt ihr die mal alle vom Kopf nehmen? Könnt ihr jetzt mal alle eure Frisur ordentlich machen? Okay, sehr gut. Könnt ihr jetzt mal so mit den Toggo-Mützen winken? Wink mal! Ganz toll! So, das macht ihr gleich auf drei. Ja, ich zähle auf bis drei und dann macht ihr das nochmal. Achtung! Eins, zwei, drei! Ja! Super! Vielen Dank! Ja, danke euch! Und das war's noch nicht ganz. Wir sagen schon mal vielen, vielen Dank, Belantis. Danke, dass wir hier bei euch sein durften zum Spaß-Tag 2011. Wir hoffen, dass wir...